Ein Trugschluss. Denn als nächstes müssen alle Beteiligten mit auf das Polizeirevier. Hier werden die Personalien aufgenommen, umfangreiche Tests durchgeführt und Blutproben entnommen. Mithilfe der Blutprobe kann der exakte Promillegehalt an Alkohol und Drogen festgestellt werden. Jans, ich habe Ihnen ja am Mundvorlaut schon erklärt, Sie haben eine Straffahrt begangen, Truggerät im Straßenverkehr. Ihren Führerschein bekommen Sie daher jetzt erstmal nicht mehr wieder. Der ist polizeisichergestellt. Ja. Ja?